Ein Garten ist nicht irgendein Ort. Ein Garten ist ein Ort zum Wohlfühlen, zum Spaß haben. Es ist ein Ort zum Leben. Und wir von Gartenfit sorgen dafür, dass es genau so ein Garten wird. Wir bauen seit vielen Jahren Außenanlagen nach Maß. Ob Terrassen, Begrünung oder aber auch das ganze Gartendesign. Bei uns bekommt wirklich jeder den perfekten Garten und natürlich alles aus einer Hand. Im Grunde reicht ein Anruf und wir kommen zu unserem Kunden. Die Ideen und die Vorstellung verarbeiten wir dann weiter, planen Ihren Garten sorgfältig und sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Kreativität spielt dabei natürlich eine große Rolle, aber auch Schnelligkeit und vor allem Qualität. Ein Garten darf eben nicht nur schön aussehen. Uns ist wichtig, dass er pflegeleicht ist und über viele Jahre hält. Deswegen verwenden wir nur hochwertige und langlebige Materialien und geben allen Kunden eine 5-jährige Gewährleistung. Unsere Arbeit, unsere Produkte, das ist unsere Visitenkarte. Wir wollen am Ende zufriedene Kunden, die einfach mit ihren Gärten glücklich sind. Die darin leben können, Spaß haben können und sich rundum wohlfühlen. Dafür steht das gesamte Team von Gartenfit.com dosTech-G tea im Grunde reicht ein ein anderes Tag. Untertitelung des ZDF, 2020